Hallo Leute und Willkommen in einem kleinen Nebenvideo. Ich möchte mich entschuldigen. Erstens, dass ich ein bisschen erkältet bin vom Holiday Park. Gestern, glaube ich. Und zweitens, dass ich keine Videos vom Holiday Park gemacht habe. Ich wusste echt, dass ich ein Video machen soll. Und das Problem ist halt, wie will man zum Beispiel von einer Achterbahn aus aufnehmen. Ich meine schon, es geht schon. Aber dieses Handy, mit dem ich hier gerade aufnehme, gehört meinem Bruder. Und wenn das Handy von der Achterbahn runter hält, ist es kaputt. Also von daher entschuldige ich mich nochmal. Ganz herzlich und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Denn der zweite Teil von Let's Play Minecraft kommt in Kürze. Bis bald. Ciao.